Herzlich Willkommen zum neuen Let's Play Minecraft. Wir wollen heute mal eine neue Welt spielen, wo ich schon den Startwert rausgefunden hab. Hanse, ne, nenn ich die mal. Dschungel. Ne, ach egal. So, das ist CC344. Eigentlich ein guter Startwert, da kann man immer vieles machen. Da hab ich ja schon ein bisschen geguckt, da gibt's Kürbisse und alles mögliche. Und da sind wir auch schon, bei den Hühnern. Irgendwie hab ich grad ein Déjà-vu, weil ich vorhin schon mal angefangen hab. Mit der Welt, aber dann ging's trotzdem nicht. Wir sind da nichts. Na, gehst du tot? Du stirbst ja sowieso. Gibt's doch gar keinen Zweifel dran. Und du auch. Na gut, jetzt lass ich mal leben wegen den Eiern. Da haben wir wenigstens zwei Hühnern, die Eier legen können noch. Na, mach ich erstmal den Baum hier weg. So, die Pilze. Ach, der Baum ist ja 7 hoch. Wenn ich mich erinnere. Mal muss ich mal Erde nehmen, sonst dauert das wieder so lange drin. Na. So. Ach. Ja, und jetzt mach ich mal die Werkbank. Da hin. Spitzhacker. Ja gut, du brauchst gar nicht so zu gucken. So. Drei reichen. Hm. Ja, hier sind kurz. Korpusse. Hab ich ja eigentlich auf Peaceful. Ja. Mit dem Pilz. Ich werde mir auch immer mal so einen Korpus aufsetzen, wie jetzt. Weil es sich damit einfach schlechter spielt. Ist doch immer gut. Na, nehm ich wieder ab. Ach. Ach. So. Ach, das kann sterben hier. Im Gegensatz zu dem Fall. Ach, dann müssen sie immer in dem Gras sich verstecken. Kann es nicht leiden. So, jetzt. Ja, da wäre eins. Na, hinten ist Winterwald. Na, bleibst du hier. Da ist noch eins. Na, ich müsste vielleicht doch noch ein paar Besteine mehr abbauen. Wegen dem Schwert. Hm. Mach ich hier. Zwei reichen. Ach ne, ich mach mal gleich mal vier. Und weil wir grad so schön dabei sind, mach ich gleich mal acht. Haben wir schon vier Schwerte. Ach, ne Axt brauche ich ja auch noch. So. Ach, das war das, was ich schon geschlagen hab. So, äh. Na, die Axt erst mal. So hab ich eigentlich neun. Was hat das zu bedeuten? Ne Kiste? Soll ich die schon mal machen? Ich weiß ja noch nicht, wo wir wohnen werden genau. Ich mach erstmal das Zuckerrohr da hinten weg. Ähm. Ja. Hinten ist ein Wald. Ich glaub. Ne, ne. Na, das muss man einfach mal sehen, wo wir wohnen. Ich weiß auch noch nicht. Am Spawnpunkt. Och, das sind ja noch Merkrobüsse. Und die ganzen Schafe, ey. Das hab ich jetzt nicht schon ein Schwert gemacht. Hätt ich dir jetzt schon mal ganz viel Erfahrung abstauben können. Ach. Oh, die ganzen Kürbis hier. Trägt mal ne Meise und das schon wieder welche. Ja, in anderen Welten ist das nicht so. Ich hab noch ne Let's Play Welt, die mach ich aber ohne Ton. Ich spiel' ich mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so gerne. Ähm. Und da... gibt's keine Kürbisse. Nicht... Na gut, einen hab ich mal gefunden, aber da hab ich dann von Schneemann gemacht. Hätt ich mir lieber mal Kürbis Samen machen können, weil die hab ich in der Miene sowieso nicht gefunden, da... Hm. Das ist mal ein Schwert hier. Das ist mal ein Schwert hier. Machen wir gleich zwei. Jetzt hab ich ja eigentlich den einen Erdblock hier unten. Das lohnt's doch gar nicht. Nur bei zwei lohnt sich's. Tch. 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 Ach, da ist ja noch ein Kürbis. Der ist erst gewachsen oder was. Tch. 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 8 die Schweine laufen muss die Scheiße weg jetzt nicht eigentlich brauche ich nur eine Kuh die Milch aber brauche ich sowieso auch mal einen ja, wenn wir mal Glück haben sind wir jetzt gleich Level 3 ne, noch nicht gut, die Kuh möchte ich eigentlich lassen ja, Level 3 ich könnte mir eigentlich gleich mal ein paar Bäume wieder schlagen ach, ein 6 cm die Pilze brauche ich auch nicht hier eigentlich kann ich mir schon ne ah ne, ne Pilze braucht man auch braune Pilze hm das weiß auch dieses Huhn das gleich sterben wird ach, es hat ein Ei gelegt darauf hab ich halt gewartet so lange und da ist noch eins ach, das ist das von vorhin, das letzte das lass ich mal so, aber hier ist doch eigentlich ein guter Platz um sich ein Leben aufzubauen die Wiese hier hm die Blumen kann man sowieso überbauen wir haben jetzt hier na gut, noch nicht so viel wir könnten nur noch ein bisschen was abbauen ja, ich weiß aber jetzt auch noch nicht machen wir ne Holzhütte oder eine aus Stein oder was naja ich mach mir erst mal ein bisschen Holz jetzt wieder das brauchen wir sowieso früher oder später ach und da ist auch der braune Pilz da haben wir unsere Pilze für sicher oh, die ganzen Schweine hier gibt's noch nicht also ich persönlich spiel lieber ohne Texopack reicht das einfach so lieber mag mag und geht die Sonne wieder unter und das können wir uns ja machen das können wir uns leisten so, Level 4 nur mit Tieren auf Level 4 ich bin schon mal mit Tieren auf Level 17 gekommen hm ah, dein Schaf ah, ne, die hohen Bäume lass ich mal die kann ich nämlich nicht leiden ja, bleibst du hier da oben da ist ein Schaf drin zwei sogar, oder? so soll mal sehen gut, Level 5 naja, gut ich sag das jetzt nicht mal an das wird sonst scheißen jetzt kann ich nicht rein ist das die Demo-Welt, oder was? oh, jetzt ist ein Schmerz kaputt die Schweine hat ab da ist ein Schmerz kaputt Die sind dumme Schweine immer. Mal sehen, wenn wir unsere ersten Diamanten finden. In der anderen Nextplay-Welt habe ich ja noch keine Diamanten gefunden. Also es könnte nur eine Weile dauern, weil ich da schon 74 Folgen habe. Oh, hier die ganzen Tiere. Na, die Nacht bleibe ich mal wach. Hm, hier sind auch Steine. Das sind gleich die ersten Höhlen. Und da ist Kohle. Oder? Ja. Nein, ich habe ja E10. Das braucht man. Ach ne, brauche ich keine mehr. Oh ja. Was ist denn hier los? Wenn man die Erfahrung mit der Kiste tun würde, würde ich was machen. Wenn du, meine ich. Danke. Danke.